Hallo Dirk! Iiiiiiii! Ach ein Servus ist auch da. Für Passwort. Wer braucht heutzutage schon ein Passwort? Haha so. So geht das. Du 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 Achtung! Wing Level 4. Ein Monster! So. Ich glaube das Level ist aber auch kackeschön. Huiii! Stütz ab! Oh ich fand es ja nicht. Wir brauchen ja auch ein Level 4 Wind sonst funktioniert das ja nicht. So. Ach wie ging das nach blululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ach, pfui, er hat sowieso den Ton ausgeschaltet, er hat sowieso den Ton ausgeschaltet. So, wie hast du dein Servus? Hm, wie hast du dein Servus? Mit dem Hot... Pui! Das ist schlimm! Tadeus hat Gane! Tadeus hat Gane! Tadeus hat Gane! Pui! Tadeus hat Gane! Tadeus hat Gane! Slay sollte gar nicht zuhören! Wow! Das ist ein Hochsprung, Garkoi! Naja, er hat wieder das Licht ausgeschossen! Möchtest du denn auf der Spucke-Lampe? Ähm... Ähm... Das ist ein Hochschul! Da ist schon ein Hochschul! Jungen! Das ist ein Hochschul! Das ist ein Hochschul! Hallo, Monster! Ach! Ach, das ist doch Müll! Das Spiel muss so sein, am Ende! Auf dich zu... ja, zuschauen schon! Ach, so... Uhhh... Uhhh... Glelelelelelele! Glelelelelele! Glelelelelele! Kann man anders sein! Uhhh... ich bin Passwort... ...wiederbelebt worden! Wo muss ich da jetzt eigentlich hinlaufen? Ach, da oben! Um... rum... Obnum, 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 obnum! Hm... Noch mal! Da ist doch nichts zu hören, außer Sound! Das ist doch nichts zu hören! Uiih! Ach, das mit den Lampengeister ist doch mühsam! ... 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 So, einfach mitten in den Luft den Schuss wechseln. Lauschen! Ja, toll. Ja! Ach ne, das ist doch ein Kackele. Er braucht Amnesias... ...Lampe. Hab lieber die Kackele, die man wegbannen darf. Ich dachte, der nächste Abschnitt kann ich anfassen. Öh! Speedrun! Geroeroero! Ich muss da unten eigentlich Instant-Kill starten. Ich muss den Lampengeist jetzt einflippen. Ich will zum Tamer-Lampengeist leben. Oh! Riiiiiikola! Hm! Hm? Äh, ach so. Wo ist jetzt das Vieh-Ka-Pokka-Kang? Hallo, IC, hallo, Bomber, hallo, Rika. Willkommen, du musst dich zerstören, bevor ich ein Red-Place werde. Komm, wir bescheissen jetzt einfach. Wir bescheissen jetzt. Ja, was kann ich da alles machen? Schiessen! Oh, toll, ich hab den Boss-Gaggen aus dem Auge öffnen. Wenn ich es nicht bin. Mach den hier den ganzen Borden kaputt. Ja, Moin! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin immerhin Wing-Level 4. Ich spüre die Kraft des Wing-Level 4. Oder des kaputten Bordens. Was ist das? 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 Ich habe ihn defeated. Ich werde nicht Able-Sang zum Konig-Brügel-Bessigen. Bevor ich dann Red-Place werde. Und keine Brügel muss jetzt Survivor geworden sein. Hehehehehe! Nach dem Böse. Eine Stimme ist von irgendwo zu hören. Äh... Admaier? Ich bin Demogorgon. Schwarze Licht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe keine Brügel-Stimendose. Er stört. Ich habe ihn aber geschehen. Seine Superman ist kontrolliert. Mit seiner psychischen Power. Es ist Zeit, die Die beweisen, dass ich der wahre Red Blaseman und King Breaker besiegen Ich bekomme seine Power Ich habe den Mammonshoof bekommen Mammonshoof Und Be Real Wings Und Atlas Rüstung Ganz viel Power Dann habe ich noch das matchige Darkfire bekommen Oh, ganz schön viel Zeug Oh, schön, der Bart Ich habe das unbegrenzt oft benutzt Oh, ich habe das grosse Fire Ich kann damit durch die Wände schiessen, ne? Was gibt das, die Wände schiessen? Wann im Umland? Warum soll ich den Skinner mit den Gäcken durch die Wände schießen? Stoppe schieß Ich habe sogar Wing-Level 5. Ich bin jetzt das Wing-Level 5. Ich nehme die heftige Waffe. Was ist denn das für ein komisches Ding? Das in Augen zerblösen. In Augen zerblösen. Explodiert in Augen. Och, mit diesen Wings kann man ja unbegrenzt wingen. Wow. Es gibt sogar einen Infinity Wing. Oh, wie ist das für ein Kaffee? Oh mein Gott, das ist so großartig. Ich weiss nie wie hoch der ... springt ... ja ja, ouch. Ja. Okay. Ach, das gab ... das gab gerade noch extra Emelki. Boah, er schiesst etwas weniger. Oh nein, ein schlimmes Monster. So, schon ein Kappel. Ach, das Spiel ist doch so programmiert, dass es mir gerade helfen wird. Ja. 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 Da muss er nicht alles kaputt schießen. Ja. 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 Na ja. 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 Und dein Unbegrenzt Wing ist das ja alles einfach. Unbegrenzt Wing. Oh, da ist noch was er eigentlich. Nicht genau, dass dein Kopf kommt im Spiel. Ja. Wo ist das? Wo ist das? Ich habe den ersten Teil geschafft, ich habe den zweiten Teil gesehen. Ich habe den ganzen Jumpern an Sachen, wenn der Dicke das nicht da sagt, wie ich schieße. Ich habe den zweiten Teil gesehen. Um. Ähm. Ech. Na, sein Teil ist doch da. Ah, das war Skill. Das war auch Skill. Du, 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 du. Ach, halt doch den Mond, du blattest Spukki. Ich bin schon fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Komm schon. Jawohl. Hat funktioniert. Ach, das ist ein heimatliches Schlosslevel. Kann doch eher zuhause sein. Mit Stachen. Und äh, das Schleim, der in Augen zu springen. F- M-M-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Das wäre, wenn es der Mond nicht da ist. Dann wäre das nicht ausgewertet. Dann wäre das nicht mehr. Aber dann wäre das nicht wichtig. Glelele, das war blöd. Juhu, game over! Ich würde schon nicht vom Passwort reviven. Gut, dann machen wir hier halt einen neuen Save. Das ist ja meistens für den Fall, dass das Spiel einmal endgültig vorbei ist. Ich weiss gar nicht, ich glaube, das ist gar nie endgültig vorbei. Dann kann man üben für den SNS-Teil, da hat er einen Schauchungvergrenzten Flug. Gemessenes hat man ja auch ungegrenzte Wing. Ist das etwas kompliziert? Hm, ja genau. Ganz schön. Na also, die fighting... Ich weiß nicht, ob ich eigentlich nicht so gut bin, ob ich es nicht so gut bin. Wie geht das? Wie geht das Geld? Ich habe jetzt so viele Leben wie noch nie zu kommen. Oh, nein. Sie sind ja da, ich komme jetzt zu kommen. Na, du hast mich. Ich bin schon in Konzentration. 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 Aber ich weiss nicht, was Apreciate heißt. Hat mich nie träumen lassen. Also der legendäre Red Place mit... Ach, Moment, Mann. Auf einmal sehr schön lang gehabt. Das Menschenwelt heisst. Es ist unten. Es ist noch im Baum. Ertöcke das Land. Und wenn du es magst, kannst du es erobern und der König werden. Ja, verlasse uns für das Menschenland. Jetzt! Wenn das Feuerbrand King Breaker geschlagen hatte, hat alle seine Kraft losgenossen. Wenn das Ghoulraum in Flammen gepackt wurde und das schwarze Licht weggewischt wurde. Weggewischt. Zusammen mit dem King höre ich die Zerstörungsarmee. Die Ghoulraum hatte wieder Frieden und Feuerbrand. hat die Legende von Red Place vollendet. Diese Legende wird weit gehören von Generation zu Generation. Und jetzt kommen noch die Monster. Jetzt kommen noch die Monster. Dann Rion. Der Todesfallon. Jetzt kommen noch die Schwellings-Guardians. Der Spiegeltyp. Und der König, der Königin, der einfach nur da gesessen hat. Das Spiel ist jetzt leider fertig. Das Team ist auch fertig, eh, ne? Tja, gibt's noch keinen Hardmond. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich dachte nicht, dass das so schnell fertig wird. Wer hat doch noch eine Spielenliste? Mal gucken. Ach man, nichts zum Durchspielen. Mhm, mhm, mhm. Zuerst Adventure Island ist es auch nicht so, was ich Bock drauf hab. Es war ein frühes, ein Originalspiel. Bomberman 2, es gibt ein Bomberman 2. Die Schleifung ist noch nicht so, was ich wurde mir vor. Ich bin über die Schleifung. Die Schleifung ist schon, was ich habe. Da bin ich, die Schleifung. Ich bin über die Schleifung.